So, heute ist der 17.4. Eigentlich sollten ja heute die Welpen erst auf die Welt kommen, aber jetzt sind sie schon da und ganz schön groß und so sieht es momentan aus. Die Berry liebt ihren Korb, deswegen lassen wir ihr den im Moment noch und die Welpen sind da drin auch schön geborgen. Na lang geht der Korb halt nimmer, Berry. Der Herr Orange zappelt da am Rand. Also alle fühlen sich wohl und wir machen genau so weiter.